Hallo, ich bin Achman Abdrachmann, das ist meine Berufsbildnerin Sonja. Ich bin Malerlehrling, ich bin zweiter Lehrjahr. Ich mache die Lehre bei Sigrist und Dschur. Wir zeigen euch heute unseren Tagesüberblick. Kommt doch mit! Als Maler machen wir Wendendecke streichen, alles gestalterisch, schablonieren, Holzimitation. Der Beruf ist vielseitig. Darum gefällt es mir, die Ausbildung zu machen. Bist du teamfähig, hast Sinn für Farbe, körperlich fit und handweichlich geschickt, dann wirst du ein total weises Team passen. Wir haben coole Teams, Unterstützung vom Betrieb. Darum ist es cool, hier die Lehre zu machen. Gute Arbeit wird wertgeschätzt. Wenn du gut in der Schule bist, bekommst du einen kleinen Bons. So, jetzt haben wir euch gesagt unseren Tagesüberblick. Bewerbt euch doch bei Sigrist und Dschur, wenn es euch gefallen hat. Ciao, zahmach!